صلit Protein Schatz hüp viel ziehen so Soldatenbataillon 1 Kitchen O менее Einfach Breschen die auch! Nee oder? Nee! 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 E Nein 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 Nicht schon wieder Das ist ganz so blöd Ja schnell jetzt ist gutes Wort Soldaten ganz schnell Pfff Übertreibt Leute Macht eure Waffen bereit Ich bin bereit Ein ganz stärker Der Feind in Deckung Männer Wir müssen aber schandeln Ist das Ich will eure Hilfe Ich bin der Wacht Wir müssen das Böse vernichten Nein Gimli 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 Holy Moses! Schon wieder, ey, ich krieg langsam Anfall. Ja, sieh hier, meine Reiterei haben sie auch kaputt gemacht. Alter, jetzt ist das da! Das läuft schief! Das war noch nicht mal die vierte Welle, oder? Das war noch nicht die vierte Welle? Hallo? Da waren fucking vier Olifanten! Fuckin' Shit! auch gleich dann war wir dringend hier werden jetzt mal die einheit da drin schon schwächen mit einmal durchhalten bitte damit wenn sie es nicht rechnen nein das war jetzt scheiße das war jetzt übelst scheiße das war übelst scheiße oh gott es wird übel enden wenn es so weitergeht ich gebe ja zu ich kann jetzt nicht so gut wir haben ein neues gehöft ja siki kostet doch mal 350 seit 20 ich glaube die vierte ist auch die letzte wir werden dann alle einheiten die wir uns irgendwie besorgen können dahin post ja alter verwalter wir haben ein neues gehöft muss jetzt hier dringend schauen dass ich hier irgendwie das ist what the fuck greift die auch an oder greift die überhaupt nicht an oder muss ich die jetzt rauslocken what ich weiß jetzt auf meine resteinheiten hier ich weiß bloß dass das hier wahrscheinlich nicht ja meine dings hat nicht funktioniert scheiße ich kann das braucht noch halbe Ewigkeit noch das hinten wird unser Futterlager könnte man sagen ja ich wieso haben die aber überhaupt so übertrieben kann man es nicht mit normalen Zahlen machen und ja das gehöft ist fertig der gehöft ist fertig das gehöft ist fertig ja wir brauchen aber erstmal genügend Rüstung das gehöft ist fertig ja ich weiß alter wie ging das jetzt gerade eben ab bleib Wasser ich bin doch immer noch beschissen vor allem die Lage jetzt hier gerade oben ist gescheiße ich habe mit Bogen schützen der Schießstand ist bereit ich bin hier noch nicht jawohl Gandalf dich brauchen wir hier vorne drin unbedingt du kannst so viele Einheiten wahrscheinlich noch killen Gimli ist immer der geilste der muss einfach dazu wir können die Stallungen jetzt nutzen Gans Mordor zieht gegen uns in die Schlacht jawohl der Rest auch bitte sofort vorrücken Gander wo bist du? Gandalf es ist mir gerade scheißegal vernichtet sie alle boom fickt euch noch vier Minuten wo ist der Rest der Bodeneinheiten? da shit Rückzug boom 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 Rückzug Alter wie es hier einfach abgeht wie es hier einfach abgeht es geht schon seit langem los aber wenn du denkst dass es jetzt erst los geht soll es mir auch recht sein bis zum nächsten Mal ist es und hier ist es wie es hier ist aber ist es ich gehe Noch ein bisschen weiter zurückrücken. Aber aus Sicherheitsgründen. Ey, könnt ihr einmal mit weniger Soldaten anrücken als so vielen? Das ist unnötig. Das ist jetzt echt unnötig. Ich soll noch 200 Minuten überleben. Gandalf, hau ab! Es sind zu viele für mich. Deine Zeit ist um. Zehn hier ausbilden. Hier, ihr. Ab zur Mitte. Ah, doch, doch, doch. Und macht ihn da. BOOM! Alter Verwalter. Ihr habt ja überhaupt keine Probleme. Wie viele Feinde sind da noch? Eine Minute noch. Komm schon. Das bisschen sollte das sein. Aus unserer Gruppen werden angegriffen. Vorsicht! Macht euch bereit. Vernichtet sie. Werfen sie alle nieder. Für den König! Wir schützen die beiden. Nein, Jungen! Wir müssen zusammentreifen. Nein, ich bin der Dunkelheit. Ich trage das alle an dem Ohr. Wir werden angegriffen. Alter, wie viele! Ich werde sie im Sprach halt dies hier. Unsere Stunde. Wir gehen nicht! Der hat ihn nicht. Ein. Wir schützen den weißen Sorg. Macht euch Kampf bereit! Da gibt er! Als ob sie nicht genug schon hätten! 32! Die letzten Verteidigungen jetzt! Kommt schon, Leute! Kommt schon! Oh Gott! Wir haben noch 25 Sekunden. Wenn es gut läuft, überleben wir das. Ich folge meinen Väter! Kämpfe weiter, Hoa! Ich würde lieber weiterkämpfen, wenn es euch nichts ausmacht. Das ist zu viel! Bauen wir! Verschont niemanden! Ich brauche Hilfe! Die Elben werden diesen blinnreichem Tag besiehen. Die Elben werden diesen blinnreichem Tag besiehen. Ahhhhhhhhhhhhhh Alter! Boah! Woohoo! No objectives available. Hero, whatever. Hahahaha! 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 Das war ein bisschen viel Olive Love hier! Total Victory! Black Gate! Geschafft! Gandalf! Pfff! 500 Ge- Alter, der hat hier die Hälfte seiner Kills gemacht mit der letzten Attacke! Die war übel! Alter! Kampagnen-Score! 1,3 Millionen! Total Victory! Alter, wir waren gut und das auf Mittel! Leck mich am Arsch! Ach! Gibt's noch was? Ne! Doch dieses Endsequenz! Ja, ähm... Ich muss sagen, einfach episches Spiel bis heute gefällt mir immer noch sehr gut! Und... Auch wenn... Wie alt ist denn das Spiel? Schauen wir mal hier auf der CD! Ähm... Steht hier im Veröffentlichungsdatum? Muss doch hier irgendwo was stehen, von wann das veröffentlicht wurde, oder? Also steht das doch hier irgendwo immer, oder? Spinnig! Steht hier ziemlich viel mit 2,4! Deswegen denke ich, dass es 2004 oder sowas erschienen ist! Ähm... Auf jeden Fall! Ich finde es bis heute eines der epischsten Strategie-Spiele! Vor allem, es hält sich sehr... Muss man schon sagen, sehr stark an die Geschichte von Schlacht um Mittel-Erde! Auch wenn man sagt, okay, es sind die ganzen Helden dabei, die auch gestorben sind, und, und, und... Und es sind Kampfplätze dabei, die natürlich nicht existiert haben! Aber sonst wäre es so eine extrem kurze Kampagne, wenn man nur das genommen hätte, was im Film vor kann! Aber dafür, was alles sozusagen vom Film hier umgesetzt wurde, einfach episch! Selbst im Eintreffen von Rohan und hin und her! Ich finde das Spiel bis heute eines der löblichsten Spiele, das es bis heute gibt! Also, ich liebe es bis heute hin! Und bedanke mich natürlich bei jedem, der die Serie durchgeschaut hat! Hoffe, euch hat diese Serie gefallen! Und... Was gibt's anderes zu sagen? Wir sehen uns bei anderen Let's Plays wieder! Ciao!